So ein dämliches Spiel. Hey Kinder, bleibt dran. Gleich kommt der Jolly Farm Marathon. Nein, nein, nicht umschalten. Ich will Jolly Farm sehen. Muss ich mir jetzt den ganzen Tag dumme Kindersendungen angucken? Da gucke ich ja lieber Farbe beim Trocknen zu. Das dürfte Mord abschrecken. Was zum Teufel ist das denn? Ich habe das Geschnorre von Mozart, deswegen habe ich eine Judenscheuche gebaut. Die werden wir nicht in unserem Vorgarten stehen lassen. Das ist rassistisch. Und außerdem hast du deinen besten Anzug ruiniert. Wir werden dir einen neuen kaufen müssen. Psst, Lois, Lois, pass auf. Ach du Scheiße, das ist unfair. Wie bitte, Jerome ist in eurem Team? Allerdings. Wir haben uns kennengelernt, als ich ihm durch meinen Laden gefolgt bin. Was geht ab, ihr Pfeifen? Ich möchte meinen Auftritt heute der großartigen Whitney Houston widmen. Oh, wir sind im Arsch. Von Jahren nahm die Evolution ihren Lauf. Der Staat Kansas verpflichtet mich dazu, euch auch die Alternative der Kirche zur Evolutionstheorie vorzustellen. Also los, Spätzchen, das tut überhaupt nicht weh. Oh, diese verfluchten Lügner bei Johnson & Johnson! Auf unserem Etikett steht nie wieder Tränen. Aber es bringt die Kinder zum Weinen. Ich weiß. Findet ihr das nicht verwundernswert, dass ich sie 1994 auf der Weltausstellung gesehen habe, hätte ich mir fast in die Hose gemacht. Okay, virtuelle Realität. Wow, die hier solltet ihr mal aufsetzen. Hey, seht mich an, ich bin eine Stange im Striptease-Club. Wow. Du hast eine Waffe in deinem Schließfach, habe ich recht? Stui, bitte, damit kannst du nicht umgehen. Ach, wirklich? Soll ich sie seitwärts halten, wie ein schwarzer... Die Hölle? Das ist ein bisschen übertrieben, oder nicht? Gut, ich habe mein Leben lang versucht, meine Mutter umzubringen, aber wer tut das nicht? Tja, also für die Hölle ist das gar nicht so übel. Hallo, ich bin Steve Allen. Oh, hallo. Dann mal los. Nein, sie ist tot. Sie hat ein Bart genommen, da hat ihr jemand den Kopf abgetrennt. Moment mal, hast... hast du sie getötet? Naja, ich hielt das Messer. Und ihre Haare. Oh mein Gott, ich träume seit Jahren davon, das zu machen. Und du hast es tatsächlich getan. Wir müssen akzeptieren, dass wir... naja, dass wir Feiglinge sind. Ich weiß. Gestern war ich sogar bei einem Treffen der anonymen Feiglinge. Hallo, mein Name ist Feiger Löwe und ich bin ein Feigling. Ich habe Angst vor kleinen Hunden, Mädchen mit Pferdeschwänzen, fliegenden Affen... Moment, es ist... es gibt fliegende Affen? Haben Sie Mandeln? Was für Mandeln? Markona-Mandeln. Welcher Herkunft? Aus dem Baskenland. Das Baskenland ist ziemlich groß. Norden? Süden? Süd-Baskenland. Wie viel soll eine Mandel wiegen? 26 Gramm. Wir haben nur 22 Gramm Mandeln. Hey, haben Sie Zeug? Ja, wir haben Zeug! Hallo, Olivia. Ein schöner Tag, hm? Du wirst doch nicht wieder furzen, oder? Ich möchte mich gern noch mit dir unterhalten, doch du bist ein mieses Stück. Angela, wenn eine Geschäftsreise absolviert werden muss, fragen Sie mich. Griffin, ich werde mich nicht umdrehen, bevor Sie mir garantieren, dass Sie Ihre Hose anhaben. Wenn kein Schild an der Wand hängt, ist es keine Vorschrift. Den Prozess habe ich gewonnen. Schön, Sie wären bereit, für die Firma die Reise nach Chicago zu übernehmen? Ja, ich hatte mir gerade vorgenommen, meinen Horizont zu erweitern. Meine Frau glaubt, dass ich ein Idiot bin. Sie gibt mir das Gefühl, dass ich klein und unbedeutend bin, wie der Herzschlag von John Goodman. Na schön, wird Zeit, dass die beliebten Kinder dafür bezahlen, dass sie mich ignorieren. Nein, Peter, du bist nur ein normaler Junge auf der Highschool. Oh. Hey, Lance, abbrechen, 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 abbrechen. Wirf dieses Telefon weg. Oh, hi, Brian. Wow, hi. Das war wunderschön. Was war das? Das war Mozarts erstes Violinkonzert in B-Moll. Platon Symposium. Ist das deins? Ist es. Ganz schön zerfleddert. Ja, ich habe es bestimmt hundertmal gelesen. Ich finde die halbsatirische Rede des Aristophanes über die drei Geschlechter sowohl lustig als auch faszinierend. Jetzt ist es besser. Ach, Meg, hat jemand von den Nachbarn Jeff herkommen sehen? Mom. Komm, Jeff, gehen wir ins Nebenzimmer. Kein Grund, so gereizt zu sein. Das heißt, gereizt zu reagieren. Du dickes Ei. Ich meine, heiliger Strohsack. Möchtest du dich setzen? Ach, Meg, noch nicht. Dad, was machst du da? Ich, ähm, will die Couch sauber halten. Bürger, das ist eine hervorragende Frage und ich danke Ihnen dafür. Ich bin froh, dass wir in einer Stadt leben, in der wir Fragen stellen dürfen. Denn wenn wir keine Fragen stellen, dann haben wir nur die Antworten. Und eine Antwort ohne eine Frage ist eine Feststellung. Oh, er gefällt mir. Er sieht mir in die Augen. Wenn wir trinken, meine Stimme hat er. Tag, willkommen im Museum. Danke. Nur um sicher zu gehen, ich soll alles anfassen, ja? Nein, bitte fassen Sie nichts an. Ich bin zum ersten Mal in einem Erwachsenenmuseum. Sonst streichle ich immer die Seesterne. Vielleicht hilft Ihnen unser Audioguide. Sie können zwischen zwei Sprechern wählen, unserem Museumsdirektor und Chicagos bekanntem Sohn Dennis Farina. Ja, hallo, guten Abend. Wie schön, dass ihr gekommen seid. Guten Abend. Darf ich vorstellen? Aida. Hallo allerseits. Hallo Aida. Was ist das? Ich habe einen Kuchen dabei. Oh, wie reizend von Ihnen. Wirf das weg. In die Mülltonne. Draußen. Äh, Brian, du bist ziemlich respektlos. Mach dich locker. Schau mal auf dein Handy. Ich habe dir was geschickt. Oh mein Gott, ist das dein... Ja, soll ich dir mit dem mal vor der Nase rumwedeln? Gut, weißt du was? Ich gehe jetzt. Willst du deinen Fettarsch abtrainieren? Ich bin heute gekommen, weil ich dachte, es wäre ein Fehler, dir keine Chance zu geben. Aber du bist genauso ein Arsch wie alle anderen. Ich weiß nicht. Ich... Ach, vergiss es. Brian hat auf mich eingeredet. Das ist alles. Brian? Was genau hat Brian gesagt? Ach, gar nichts. Er sagt, du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Und dass wir uns nicht mehr treffen sollen. Wirklich? Wie kann er es wagen? Babe, babe, denk nicht darüber nach. Stuart, liebst du mich? Party. Ich habe Lust zu tanzen. Ja, du kannst dich echt bewegen. Das ist richtig... Wow, das ist unglaublich. Ich bin wirklich beeindruckt. Hey, ich kann über mein eigenes Bein springen, wie die in den 90ern. Hi, Mr. Barrington. Oh, hallo, Peter. Wie schön, dass Sie da sind. Wir schießen heute auf Glatzköpfe unter 1,70. Da ist der von der Versicherung, der mir nichts zahlen wollte. Sir, Ihre Nippel sind gesund. Sie müssen sie nicht rekonstruieren. Ich will Wald-Erdbeer-Nippel. Und Sie sollen dafür bezahlen. Hallo Familie, bin zu Hause. Ach, Chris, da bist du ja. Gut, nachdem ihr beide hier seid, möchten euer Vater und ich euch was sagen. Kinder, wir beenden das Experiment früher. Was? Wieso? Weil ihr recht hattet. Als Kind hat man's schwerer als die Erwachsenen. Highschool ist kacke, alles ist kacke. Also machen wir jetzt alles wieder so wie vorher und vergessen die ganze Sache, okay? Darf ich mich neben Sie stellen, während wir im Stehen essen? Immer gern doch. Holen wir uns ein gutes Bier, obwohl wir nur schlechtes Bier mitgebracht haben. Und diese zwei Grillparty-Schweine schlossen eine lebenslange Freundschaft, bis sie im hohen Alter von 52 Jahren bei zwei unterschiedlichen Wohnmobilunfällen verstarben. Ich glaub, ich spinne. Kannst du mal fünf Sekunden Pause machen? Okay. Gina, hast du Chris gesehen? Ja, er ist da drüben. Oh, Chris, was machst du denn da? Ich lass mich von meinem Reißverschluss kastrieren. Hey, hey, Adi, Adi, guck mal, Adi, ich bin Tojo. Adi, Adi, guck mal, sieh mich an, ich bin Tojo. Ich bin aus Japan. Oh Gott, das ist ja total wässlich. Ich hätte am Anfang fast gesagt, keine Stühle. Habt ihr nicht langsam genug? Gesteht eure Niederlage ein und verschwindet von hier. Okay. Ich salutiere euch mit seinem Kopf. Achtung, ich erkläre den heutigen Tag zum Diese-Drei-Jungs-Tag. Und nicht zum Diese-Drei-Jungs-Tag. So ein Mist, jetzt muss ich für Afghanistan sein. Danke, das war wunderschön. Und nun frage ich dich, Jillian, willst du Derek? Halt! Jillian. Jillian, ich liebe dich. Ich will dich, nein. Ich brauche dich mit jeder Faser meines Körpers. Aber ich war zu dumm, das zu erkennen, als wir zwei noch zusammen waren. Das waren die glücklichsten Tage meines Lebens. Und ich wünsche mir mehr von diesen Tagen. Bitte, Jillian. Aber ich darf auf keinen Fall zulassen, dass eine Nahtoderfahrung mein ganzes Leben verändert. Wie schön, dass du das endlich kapiert hast. Sonst alles okay? Ja, ja, alles bestens. Ich würde mich nur zu gern daran erinnern, wo ich gestern Nacht war. Und wer zum Teufel R.M. ist. Ja, ja, alles bestens.